Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Herzmensch-Energie. Alles Sternzeichen, was fühlt, denkt, will dein Herzmensch. Ich beginne mit dem Steinbock, der Herzmensch vom Steinbock. Was ist los mit dem Herzmenschen vom Steinbock? Lieber Steinbock, dein Herzmensch hat eine familiäre Situation, häusliche Situation, die zu klären ist momentan. Dein Herzmensch sucht nach einer Lösung. Ich würde auch gerade mal sagen, dass dein Herzmensch momentan nicht bester Laune ist, beziehungsweise vielleicht auch besorgt ist, sehr nachdenklich gestimmt ist, weil eine Lösung gesucht wird. Wow. Dein Herzmensch versucht, sei es seine eigene private Situation, wie die Situation mit dir, nicht durch Intuition zu lösen, sondern durch Gedankenkraft. Dein Herzmensch hat momentan ein wahnsinniges Bedürfnis, nach Ruhe, alleine zu sein. Steht eventuell, falls eine Drittenergie eine Rolle spielt, vor einer Trennung, vor einer Scheidung, muss ich die Zunge zügeln. Wow. Denn es können messerscharfe Worte kommen. Doch momentan, lieber Steinbock, ist dein Herzmensch so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass keine klare, authentische Kommunikation zu dir erfolgen kann, weder ein Schritt auf dich zu. Dein Herzmensch ist momentan, ja sagen wir mal ein bisschen gefangen in der dunklen Gedankenwelt, um eine Lösung zu finden. Noch eine Karte bitte. Eventuell hat dein Herzmensch auch dir eine Absage erteilt, falls es darum ging, sich zu treffen, zueinander zu ziehen, wie auch immer. Noch ist es nicht so weit. Ja, dein Herzmensch ist sehr im Schmerz, lieber Steinbock, sehr im Schmerz. und dadurch eben die Gedanken, die dunklen Gedanken vor allem, auf der Suche nach einer Lösung. Dein Herzmensch wird am liebsten den Schmerz heraus schreien, doch er weint still in sich. Dein Herzmensch hat gelernt zu leiden. Wir haben hier eine Waage, einen Fisch, einen Skorpion, aber versteife dich bitte nicht auf die Sternzeichen. Dein Herzmensch hat gelernt, im Stillen zu leiden und leidet nach wie vor im Stillen. Leider dauert diese Transformation des Schmerzes noch etwas an. Wie wird es sich entwickeln? Wie wird es, ja, hier ist, uh, hier sind ja zwei Flipper, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, wunderbar. Wie wird es sich entwickeln? Hier ist die Antwort. Löwen haben wir auch noch, Schütze auch. Dein Herzmensch weiß, Geduld haben zu müssen, wenn es sich um dich dreht, wenn es sich um den Herzmenschen an sich selbst dreht. Doch dein Herzmensch ist im Vertrauen, dass ihr, Klammer auf, Klammer zu, wieder zueinander finden werdet oder überhaupt das erste Mal zueinander finden werdet. Es bedarf Geduld und Selbstmeisterung, der Energien, der Gedanken, der Weisheit, des Vertrauens. Eventuell kann dein Herzmensch momentan Magen-Darm-Probleme haben, muss aber nicht und keine Kommunikation. Doch, dein Herzmensch fantasiert wahnsinnig viel über dich, über euch. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal die geheimen Botschaften an, was dein Herzmensch fühlt, denkt, aber nicht ausspricht. Ja, dein Herzmensch wirft sich und schmeißt sich in die Arbeit, um nicht so viel denken zu müssen, nachdenken zu müssen, über dich nachdenken zu müssen und ist eigentlich felsenfest davon überzeugt, wie vorhin schon mit den Tarotkarten gesagt, dass ihr zwei wieder zusammen sein werdet. Schauen wir was auf der Schattenseite bei deinem Schatten, äh, bei deinem Schattenmenschen, um Gottes Willen, verzeiht bitte, aber vielleicht Schattenmenschen, weil es dein Herzschatten ist und immer in deinem Herzen ist. Ha! Der freudsche Versprecher hatte einen tiefen Sinn. Was liegt im Schatten verborgen beim Herzmenschen vom Steinbock? Dein Herzmensch hat Angst, dass du ihn nicht annimmst, dass du ihn auf Distanz hältst. Dein Herzmensch, ähm, ja, hat mehr so getan, als wärst du ihm nicht gar so wichtig, doch er realisiert, dass es anders ist. Dein Herzmensch vergibt dir und dein Herzmensch kann sehr, sehr gut durch dich hindurchsehen und dich als Ganzes wahrnehmen. Was ist wichtig? Vertrauen? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass darauf vertraut wird, lieber Steinbock, dass es eine göttlich gewollte, göttlich geführte Verbindung ist. ganz, ganz wichtig und, ähm, egal, wer wen auf Distanz gebracht hat, auch das hat es einen Grund. Es ist eine, ja, eine schicksalhafte Geschichte, sagen sie. Nun der. Spannend, lieber Steinbock. Ich mache weiter mit dem Wassermann. Es scheint, lieber Wassermann, dass auch bei dir momentan Funkstille vorherrscht beziehungsweise nicht mehr dieses Spritzige vorhanden ist, nicht mehr diese Anziehungskraft, die Leidenschaft. Schauen wir, was das Taro noch dazu sagen kann. Herzmensch, Energie vom Wassermann. Du hast wohl mit einem Widder zu tun oder einem anderen Feuerzeichen, Löwe oder Schütze. Ich nehme deinen Herzmensch momentan als wunderbar wahr, sehr in sich zurückgezogen und vielleicht nicht so der Entertainer, wie er sonst ist. Sehr nachdenklich gestimmt ist dein Herzmensch. Dein Herzmensch duftet sehr gut, hat sich wohl ein neues Parfüm gekauft oder Aftershave oder was auch immer. Dein Herzmensch ist ein Mensch der Pläne schmiedet. Immer auf Gewinn aus. Hier ist noch ein Flipper glaube ich oder nicht? Nein. Das Gute daran ist lieber Wassermann gibt deinem Herzmenschen Momentan die Zeit für ein bisschen Rückzug, denn dein Herzmensch ist dabei wirklich etwas auszuklügeln höre ich beziehungsweise etwas auszuloten. Vielleicht möchte dein Herzmensch auch die richtige Portion Zeit es geht um Moment es geht um Organisation also wie investiere ich meine Zeit richtig damit die Liebe genug abkriegt die Familie oder die Arbeit wie auch immer es geht darum dass dein Herzmensch alles richtig machen möchte dein Herzmensch kann gut möglich zu einem Coach gehen damit diese toxische Autorität die von deinem Herz Menschen ausgeht verschwindet schult sich selbst arbeitet an sich selbst um dann auf einer anderen Ebene dir begegnen zu können wir haben hier an Sternzeichen wie gesagt Feuerzeichen Steinbock auch ein Wasserzeichen dein Herzmensch gefühlt zeigt zu wenig gibt zu wenig ist emotionell etwas unreif zeigt nicht seine wahren Gefühle also es ist so sagen wir es so als Beispiel sagen sie mir dein Herzmensch könnte dir jetzt einen 100 köpfigen Rosenstrauß überbringen doch er bringt nur eine und so ist das auch mit den Gefühlen er hat zwar sehr starke Gefühle und fühlt sehr tief doch er ist mehr im Fantasieren was könnte ich sagen was könnte ich machen als dass er dann in die Tat übergeht das ist irgendwie ein bisschen unreif ja dein Herzmensch lässt sich momentan nicht in die Karten blicken lieber Wassermann womit hat das zu tun ja schlichtweg wie ich vorhin gesagt habe muss für sich selbst herausfinden wie er sich organisiert was neues ansteht was neues anzupacken ist zieht sich momentan auch in der Intimität eventuell etwas zurück kann sich spirituellen Themen zuwenden schauen wir einmal was im Schatten verborgen ist bei deinem Herz Menschen Aloe Vera höre ich dein Herzmensch hat irgendwo geschummelt und nicht ganz die Wahrheit gesagt dein Herzmensch weiß nicht wie er etwas ganz bestimmtes zwischen euch oder dich loslassen kann vielleicht ein bestimmtes Thema vielleicht ist deswegen gerade ein bisschen Rückzug dein Herzmensch hört dich schon manchmal reden bevor du überhaupt redest es ist definitiv ich würde mal sagen dein Herzmensch ist dabei auf die quintessenz zu kommen generell nicht nur was die organisatorische seite anbelangt es geht um vergeben das könnte eine Chance sein damit wieder Ruhe ein verborgene botschaft bitte mal wieder aufräumen hier sonst ist ein Karten Chaos die verborgene botschaft was dein Herzmensch fühlt oder denkt aber nicht ausspricht was möchte dein Herzmensch eigentlich sagen dein Herzmensch vermisst es bei dir zu sein mit dir zu sein und dein Herzmensch denkt sehr darüber nach ein gemeinsames Leben zu führen wie es ist mit dir zusammen zu sein und du bist das beste was im Leben des Herzmenschen was ihm begegnet ist wow ja dann etwas Geduld lieber Wassermann die Zeit bringt Rat wie man so schön sagt die Fische meine lieben Fische Herzmensch Energie für die Fische was macht der Herzmensch was fühlt er was führt er im Schilde next move next step schauen wir uns alles genau an Herzmensch Energie für die Fische dein Herzmensch höre ich ist sehr verwirrt ist nicht zentriert wow alle verkehrt herum wow wow was aber gar nicht jetzt insofern arg schlecht ist also lieber Fisch Dein Herzmensch ist dabei aus dem Schmerz heraus zu kommen aus der Einsamkeit das Motto von deinem Herzmensch ist das was ich gerade zum Wassermann gesagt habe die Zeit bringt Rat auch wenn dein Herzmensch gerade erst in die Energie kommt zu wissen was Sache ist wird er dennoch nicht gleich agieren oder reagieren dein Herzmensch ist gerade dabei ganz ganz arg in sein Inneres hinein zu horchen hinein zu fühlen um die richtige Entscheidung die richtige Wahl zu treffen dein Herzmensch versteht die Welt nicht mehr ist wie gesagt nicht wirklich in sich zentriert doch irgendetwas vielleicht auf dich bezogen vielleicht im Außen hat den Herzmenschen aus einer Depression geholt noch mal Information zum Herzmenschen vom Fisch dein Herzmensch wird nicht aktiv werden dir gegenüber es ist ein innerer Reinigungs Prozess den er gerade durch macht es ist ein innerer Reinigungs Prozess aber wie kann ich euch das erklären bitte gebt mir die richtigen Worte bleib ich beim alten auf meiner alten Spur auf dem gewohnten oder lasse ich los und begebe mich auf neue Wege die entweder mit dir sein können ohne dich sein können bitte wende es an wie es zu deiner eurer Situation passt Dein Herz Mensch ist sehr sehr bedacht darauf sein Herz sein Inneres zu schützen und es ist auch momentan eben wie gesagt ein innerer Reinigungsprozess Dein Herz Mensch spart momentan für eine Reise oder hat das Sparen angefangen oder fängt das Sparen an für eine Reise so die letzten drei Karten Dein Herz Mensch möchte dir imponieren möchte vor dir stehen gesichert und gesattelt um in eine gemeinsame Zukunft hinein zu schippern das dauert aber noch ja also es ist jetzt nicht gleich übermorgen soweit es ist ein innerer Prozess doch du weißt nun wo dein Herz Mensch steht momentan keine Kommunikation das wird sich auch für die nächsten circa acht Tage bis acht Wochen gut möglich still verhalten wenn warte 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 bis kontakt kommt lieber fisch mache nicht den first move absolut gar nicht sondern dann würdest du deinen herz menschen bedrängen doch im visier ist die gemeinsame zukunft das gemeinsame an einem Strang ziehen wir haben hier an Sternzeichen Feuerzeichen Erdzeichen Erdzeichen haben wir Steinbockstier Jungfrau Widerlöwe Schütze wir haben auch ein anderes Wasserzeichen einen Krebs aber versteift auch nicht auf die Sternzeichen so schauen wir an was liegt im Schatten verborgen bei deinem Herz Menschen was liegt im Schatten verborgen dein Herz Mensch möchte nie wieder diese eine Erfahrung machen die des Schmerzes mit dir den sich dein Herz Mensch entweder selbst verursacht hat oder den du verursacht hast schauen wir was ist der Rat der Rat der Liebe was ist der Rat der Liebe da kommt gleich ganz viel raus das machen wir nicht wir wollen eine Karte maximal zwei der Rat der Liebe was ist zu tun worum geht es was ist wichtig ja das außen hat viel zu viel Einfluss entweder bei deinem Herz Menschen bei dir bei euch beiden zusammen viel zu viel Einfluss auf diese Verbindung und da müsst ihr genau hinschauen entweder zu viele Leute die Gegebenheiten eure äußerlichen Umstände wie auch immer zu viel dazwischen gefunke vom außen was dein Herz Mensch denkt und fühlt lieber Fisch was aber nicht ausgesprochen wird nicht gezeigt wird Ich höre in den Olivenhallen mit dir wandern Vielleicht hattet ihr mal vor gemeinsam nach Griechenland zu fahren nach Spanien nach Italien Dein Herz Herzmensch fühlt dich deine Präsenz deine Energie selbst dann wenn ihr getrennt seid nicht zusammen seid Du bist reinigend für deinen Herzmenschen hier steht wenn der Herzmensch in deiner Nähe ist ist es sehr reinigend nicht toxisch und dein Herzmensch genießt es dass er bei dir er selbst sein kann lieber Fisch wunderbar aber das wird dir natürlich nicht besagt weil ihr habt ja gerade keinen Kontakt super so der Wider lieber Wider Herzmensch Energie für dich was ist bei deinem Herzmenschen los was denkt er was kühlt er wie geht es ihm was macht er was hat er vor sehr hier wie beim Herzmenschen vom Fisch kein Kontakt ihr steht still es geht um einen inneren Reinigungsprozess von deinem Herzmenschen kommt was das Zusammenleben betrifft die Liebe kein aufeinander zugehen sehr sehr spärliche wenn überhaupt gar keine Kommunikation miteinander dein Herzmensch leidet unter Kopfschmerzen dein Herzmensch ist auch wahnsinnig im Kopf und eigentlich nicht wirklich bei sich ist ein bisschen hier und da wie und hot viele Stimmungsschwankungen weint momentan sehr viel ist nicht ja wie soll ich sagen ist nicht zentriert in sich es geht definitiv um das gemeinsame Leben Familienleben wie als wenn die Liebe hier ihr hört meine Stimme also keine Kommunikation zwischen euch ist es wie wenn die Liebe entschuldigt bitte es ist wie wenn die Liebe nicht mehr gespürt werden würde beziehungsweise es lieblos ist geworden ist dein Herzmensch möchte die Gemeinsamkeit haben doch anders aufgestellt lieber wieder Herzmensch ja dein wow dein Herzmensch ist gerade dabei wahnsinnig versucht wahnsinnig ehrlich zu sich selbst zu sein seine Gedanken zu ordnen und möchte einfach diesen Schmerz den er als Ballast empfindet loslassen möchte neue Wege einschlagen möchte Leichtigkeit schauen wir einmal warum ist das hier verkehrt herum was könnt ihr noch dazu sagen die äußeren Umstände müssen geklärt werden sagen sie ähm es muss klar definiert werden klare Linien gezogen werden Klarheit muss ausgesprochen werden dein Herzmensch ja ist momentan hier da bist du und du kennst dich überhaupt gar gar nicht mehr aus mit dem was oder was nicht von deinem Herz menschen dir gegenüber kommuniziert wird also du kennst dich gar nicht mehr aus und es ist so wirklich nach dem Motto ich ich warte jetzt mal einfach ab und das ist auch gut so was liegt liegt im schatten verborgen bei deinem Herz menschen was ist hier jetzt gerade ausschlaggebend oh dein Herzmensch wartet auf eine entschuldigung dein Herzmensch sagt ich bin nun anders ich habe mich verändert du gehörst nicht zu meinem plan und ich weiß du beobachtest mich ganz genau was ist passiert lieber wieder wow es geht darum dass ihr beide eine spirituelle Lektion nicht hinterfragt sondern sie erkennt jetzt möchte ich aber noch fragen das ist ja jetzt hier ganz entsetzlich werden der wird uns ein Herzmensch füreinander finden erst ab Mai wow es geht darum die eigenen Gefühle die eigenen zu dieser Geschichte und zum anderen wie zu sich selbst erst einmal auszuklamüsern und sich darüber im klaren zu werden so dein Herzmensch was denkt er was fühlt er was nicht ausgesprochen wird nehmen wir die oder nehmen wir die nicht die immer dein Herzmensch hat alles was du geschrieben hast was du an voicemails überbracht hast generell irgendetwas von dir hat alles aufgehoben dein Herzmensch ist sich bewusst dass er sich selbst verloren hat in dieser Zeit dein Herzmensch möchte aber eigentlich von vorne anfangen mit dir sicherlich nicht gleich so wie es war also im gleichen Stil sondern anders wow weil dein Herzmensch kann eigentlich nicht genug von dir kriegen doch es muss verändert werden ja lieber wieder wow der Stier Herzmensch Energie vom Stier Herzmensch Energie vom Stier Herzmensch Energie vom Stier wow sag einmal lieber Stier was hast du deinem Herzmensch angetan total den Kopf verdreht dein Herzmensch ist voll in Tune in dir bei dir mit dir die Liebe auf 10.000 Sternengalaxien manifestiert dich möchte nur dich und möchte einen Neuanfang beziehungsweise ja lässt sich auf dich ein wow dein Herzmensch Wasserzeichen Erdzeichen haben haben bisher ja macht sich so langsam auf den Weg zu dir egal ob ihr schon in Beziehung seid erst in Kontakt gekommen seid dein Herzmensch möchte einen Neuanfang möchte in eine stabile gemeinsame Zukunft gehen gib aber deinem Herzmenschen Zeit dränge ihn nicht wenn Herzmensch gut möglich dass er spirituell arbeitet also Energiearbeit macht beziehungsweise also mit spirituellen Themengebieten zu tun hat dein Herzmensch ist künstlerisch sehr aktiv sehr kreative Talente dein Herzmensch kann momentan lieber Stier eventuell Schmerzen am rechten Oberarm haben was nicht immer alles durchkommt dein Herzmensch möchte dir etwas schenken beziehungsweise dir ein Angebot machen dein Herzmensch ist vielleicht momentan finanziell etwas instabil was ihn aber nicht davon abhält dir trotzdem alles zu bieten bieten zu wollen was du verdienst dein Herzmensch ist nicht sehr gut im Gefühle aussprechen deswegen habe etwas Nachsicht und es ist auch nicht sein Ziel ein großer Poet zu werden oder ein großer Dichter bitte habt Nachsicht kommt kein großer Redner er in sich gekehrt lieber wieder aber das macht nichts dein Herzmensch versucht außerdem auch gerade sich selbst zu erden ja viele viele Menschen wollen gerade etwas von ihnen und auch dein Herzmensch versucht sich gerade zu organisieren das haben gerade ganz ganz viele Menschen generell so was liegt im Schatten verborgen vom Herzmenschen vom Stier was liegt im Schatten verborgen vom Herzmensch vom Stier dann nehmen wir doch die wenn die schon so das ist ja jetzt interessant ich liebe mich selbst genug um weg zu gehen von was weg gehen wenn ich dir hier gerade erzählt habe dass die Liebe so groß ist das wollen wir jetzt genau wissen von was weg gehen von was weg gehen von dem was dein Herzmenschen so unruhig macht so solche Schlafstörungen bereitet eventuell ein neues Bett kaufen noch noch eine Karte und zwar geht es darum um Sorgen von einem Thema weg zu gehen Schluss aus beendet das ihm wahnsinnige Sorgen bereitet kann gut möglich mit einem Löwen zu tun haben schauen wir was ein Herzmensch denkt und fühlt was nicht ausgesprochen wird was ist in seinem Kopf in seinem Herzen denkt Tag und Nacht über euch nach träumt tagsüber über ein gemeinsames Leben die gemeinsame Zukunft und oft versteckte oder versteckt er sich vor dir wie er wirklich ist das ist jetzt so zu interpretieren zu verstehen nicht zu interpretieren ist verkehrt so zu verstehen dass manchmal würde man gerne etwas aussprechen oder ansprechen und tut dann aus verschiedenen Ansichtsweisen heraus nicht deswegen also es muss jetzt gar nichts schlimmes sein sondern oft sagt man ja anstatt nein also von dem her sowas ist damit gemeint wunderbar ich mache weiter mit dem Zwilling Zwilling mache weiter mit dem Zwilling Moment Moment ich muss schnell was aufschreiben okay so der Zwilling bitte Herzmensch Energien vom Zwilling dein Herzmensch ist gerade sehr in der Vergangenheit lässt die Vergangenheit gedanklich aufleben was war wisst was ist Familie Kinder vergangene Partnerschaften zieht ein Resümee spricht nicht viel darüber beziehungsweise du hast keine Up-to-date Notizen von deinem Herzmenschen dein Herzmensch ist momentan sehr souverän muss sehr souverän handeln muss einen kühlen Kopf bewahren gut möglich dass dein Herzmensch momentan unter Sinusitis leidet beziehungsweise starke Kopfschmerzen hat eine wenig kreative Phase antriebslos ist die guten alten Zeiten sich zurück wünscht was die Familie betrifft was das Zusammenleben betrifft dein Herzmensch weiß nicht wie er zu glücklicheren Zeiten kommen kann und soll ja kann sein dass dein Herzmensch momentan etwas fahrig ist das heißt nicht in sich zentriert zerstreut ist eventuell auch kleinere oder größere falsche entscheidungen trifft sucht dein Herzmensch sucht nach antworten sucht nach antworten aber er findet sie momentan nicht als Sternzeichen haben wir hier ganz im speziellen einen Widder ein anderes Luftzeichen oder sogar ein Wasserzeichen dein Herzmensch ist irgendwie vom Glauben abgefallen schauen wir was im verborgenen liegt die Schatten Seite dein Herzmensch sagt er hat sich verändert und dass du es dir zu einfach gemacht hast oder vielleicht er sich wie auch immer wende es an wie es passt bei dir die Gedanken Gefühle die nicht ausgesprochen werden was wird gefühlt Herzmensch vom Zwilling Herzmensch vom Zwilling was liegt verborgen was wird nicht ausgesprochen ja dein Herzmensch wünscht sich hätte gewisse Worte oder gewisse Dinge nicht ausgesprochen und er könnte diese zurück nehmen das ist ja ganz viel ich nehme jetzt nur die zwei weil hier ist ganzer packen rausgefallen das geht jetzt nicht das ist zu viel das ist auch noch eine Karte da die da gar nicht reingehört die nehmen wir jetzt auch weil die gehört nicht dazu ihr seht anderes deck gut weil diese ganze Situation dient deinem herz menschen zu einer großen erkenntnis also warts ab dein herz mensch denkt ständig an dich ständig und was dich betrifft würde er alles wieder so tun wie er es getan hat ich hoffe ich hoffe im positiven Sinne so der Krebs lieber Krebs lieber Krebs deine Herzmensch Energien Herzmensch Energien für den Krebs Dein Herzmensch scheint gerade ich möchte nicht sagen arbeitslos sein doch irgendeine Beschäftigung losgelassen zu haben vielleicht auch gewollt dadurch ist ein ganz ganz großer Ballast abgefallen von deinem Herzmenschen eine ganz ganz große Verantwortung ist dadurch abgefallen und das ist gut so dein Herzmensch ist aber auch gleichzeitig etwas in der Ruhephase etwas unkreativ was jetzt den neuen Weg angeht es kann sein dass es sich auch auf die Intimität aus auslegt dass dein Herzmensch sich dadurch zurückzieht keine Worte der Liebe was ist da los dein Herzmensch ist sehr kalkulierend gerade sehr berechnend wenig romantisch und möchte eigentlich Nägel mit Köpfen machen ohne groß drumherum zu reden beziehungsweise möchte auch nicht dass groß drumherum geredet wird sehr abwartend falls du von deinem Herzmenschen getrennt bist kann ich dir sagen dass momentan kein Kontakt kommt dein Herzmensch ist wirklich dabei auf Erleuchtung zu warten wie es weitergeht in all seinen Bereichen in seinem Leben man könnte sagen sitzt da und wartet ab so es ist jetzt wieder ewig lecker aber wir werden es uns anschauen yes dein Herzmensch ist sehr fühlig das heißt geht sehr erwachsen mit seinen Gefühlen um fühlt sehr tief und durch diese Gefühle ist es ihm oft nicht möglich klar zu denken also das bedeutet ein Beispiel wenn dein Herzmensch über glücklich ist und ganz viel Freude verspürt oder ganz viel Verliebtheit verspürt dann gibt es gar kein klar denken sondern wir pushen und rennen drauf los und ich könnte die ganze Welt umarmen ja das bringt deinen Herzmenschen aber wiederum dazu dass die Seifenblasen zerplatzen weil zu früh reagiert wird oder überreagiert wird und dann ist die Trauer wieder groß dein Herzmensch bewegt sich momentan nicht von seinem Standpunkt weg und das ist auch das wo ich dir vorhin gesagt habe falls du von deinem Herzmenschen getrennt bist nicht in Kontakt bist leider wann kommt der Kontakt leider wird es etwas dauern weil dein Herzmensch gerade viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist wann kommt Kontakt oh es das dauert zum Sommer hin also Kontakt heißt wann wirklich richtiger Kontakt stattfindet nicht nur eine SMS hello wie geht's dir lass deinen Herzmenschen auf dich zukommen das ist ganz wichtig lieber Krebs vor allem wenn du mit einem Stier zu tun hast gib deinem Herzmenschen Zeit lass ihn auf dich zukommen so kannst du nichts falsch machen schauen wir was dein Herzmensch denkt oder fühlt dein Herzmensch vergleicht andere Menschen mit dir wow du inspirierst deinen Herzmenschen er bekommt sehr viele Anregungen durch dich auch schlichtweg höre ich gerade dass es braucht nur an dich denken oder mit dir zusammen sein für diejenigen die in Partnerschaft sind und schon geht es deinem Herzmenschen besser dein Herzmensch sagt oder denkt sich die Wahrheit herausgefunden zu haben hat den Herzmenschen echt fix und fertig gemacht und wirst du irgendwann die Sachen richtig stellen oder richtig tun können was ist da los sehr hier spannender als im Krimi bei euch liebe Krebse so was kommt nach dem Krebs Löwe der Löwe Herzmenschen Energien vom Löwe yes was ist da los lieber Löwe also da sind ja die Karten nur so auseinander gestoben lieber Löwe hast du mit einem Zwilling oder einem Stier zu tun lieber Löwe dein Herzmensch falls du nicht in Kontakt mit ihm bist ist dabei sich redet sich gerade deiner Wenigkeit aus das bedeutet alle Argumente werden gesucht warum es nicht zwischen euch passt warum es so ist wie es ist alle Argumente werden da richtig schön in einen Topf getan doch gib dem Zeit denn dein Herzmensch ist momentan innerlich wahnsinnig aufgewühlt Emotionen brodeln über und dein Herzmensch ist gerade eher negativ ausgerichtet als positiv was bedeutet Vorsicht nicht dass dein Herzmensch ein negativer Mensch ist sondern gedanklich negativ ausgerichtet so nach dem Motto das wird nichts mehr ich sehe ihn oder sie nie wieder und versucht sich ja das konnte auch nicht funktionieren weil also so negativ ist weit entfernt davon eine Entscheidung zu treffen ganz weit entfernt und ich kann dir sogar sagen dass dein Herzmensch egal was zwischen euch passiert ist hoffentlich nicht mehr passieren wird aber passiert ist dass er versucht wirklich da einen Grund sich herauszufiltern herauszudenken gar zu erfinden warum das alles so ist doch die gute Nachricht lieber Löwe dein Herzmensch wird ein großes spirituelles Erwachen haben eine Erkenntnis haben ihr wisst alles braucht seine Zeit und hinterher seid ihr diejenigen die zufrieden lächeln werdet sie sagen stelle die Frage ob der Herzmensch zurückkommt oder kommt und sie sagen bei den meisten ja zu 86% kommt der Herzmensch auf dich zu sobald er klare Gedanken fassen kann sobald er auf die Energie von oben hören kann sobald diese ganze Gedankenspirale aufhört sobald dein Herzmensch für sich herausgefiltert hat was ist wichtig was will ich und was vor allem was will er dir mitteilen das geht momentan überhaupt nicht weil viel zu aufgewühlt aufgeregt es wird alles gut alles gut und die Zeit ist deswegen gut und braucht es weil das toxische wegfällt die Kontrolle fällt weg die Manipulation fällt weg dieses fällt weg und ihr werdet euer blaues Wunder erleben wenn der Herzmensch auf euch zukommt weil es ist wie der Herzmensch ist der Herzmensch aber ganz anders viel positiver ganz anders ausgerichtet sagen sie so die Gefühle Gedanken deines Herzmenschen die nicht ausgesprochen werden doch wir wollen sie wissen oh ich wünschte mir wir könnten zurück die Zeit zurück drehen also irgendwas ist vorgefallen und es hat mit Vertrauen zu tun denn ein Herzmensch sagt sich immer wieder ich habe dir vertraut ich habe dir vertraut dein Herzmensch braucht ganz ganz viel Sicherheit im Innen dass du Sicherheit vermittelst als Fels in der Brandung und auch Sicherheit im Außen und dein Herzmensch trägt sich selbstverständlich und wundert sich ob du ohne ihn glücklich bist ob es dir gut geht oder nicht wenn dein Herzmensch nicht bei dir ist wird schon wieder die Jungfrau liebe Jungfrau Herzmensch Energie für dich Herzmensch von der Jungfrau bitte Herzmensch von der Jungfrau Herzmensch Energien für die Jungfrau Es ist irgendwie keine Aktivität da überhaupt gar keine Aktivität Kommunikation doch die Sorgen sind weggefallen es gab eine Entlastung es ist aber noch keine Leichtigkeit eingekehrt es ist kein wie kann ich dir sagen liebe Jungfrau falls du auf Kommunikation wartest musst du noch ausharren ein bisschen dein Herzmensch ist noch dabei einen Schmerz zu verarbeiten mehr als verarbeiten von einem Schmerz lösen dein Herzmensch sucht ganz viele Antworten von oben ich sehe ist sehr hat eine Phase des Suchens der Antwort Suchens doch durch das was schon gefunden wurde ist irgendwie dein Herzmensch ist in sich gesettelt und zentriert doch schweigt weil irgendwas ist ja noch mit gebrochenem Herzen und so ist ich glaube dein Herzmensch lässt ähm lässt 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 momentan mehr den Verstand walten als das Herz doch dein Herzmensch ist sehr ähm in Trauer möchte ich nicht sagen doch schon von Schmerzen inneren Leid und Trauer gebeutelt und sehr traurig darüber dass die Zusammenkunft nicht stattfinden konnte dein Herzmensch falls er in einer Familiensituation ist ist dort nicht glücklich ähm diese Familiensituation ist zwar so ganz okay aber deinem Herzmenschen dabei geht es nicht gut vielleicht musste auch dein Herzmensch äh einen Verlust hinnehmen und ist dabei noch diesen Verlust zu verarbeiten ja aber das dauert noch das dauert noch ähm dein Herzmensch ist dabei zu manifestieren und zwar das mit einem Feuerzeichen zu tun irgendwie die die Balance reinzubringen das Verhältnis anders umzugestalten ähm dazu kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen sagt mir hier bitte noch was hier los ist bei der Königin der Stäbe die Königin der Stäbe so da haben wir wieder viele Karten bekommen ja es geht darum lass die Ruhe einkehren denn wenn du jetzt irgendwas über den Zaun brechen würdest dann würde der Schuss nicht nur nach hinten los gehen sondern du würdest die die Schusskugel gar nicht mehr wiederfinden sagen wir so ja gib deinem Herzmenschen Zeit die Zeit wird kommen aber jetzt ist nicht die richtige Zeit um Nägel mit Köpfen zu machen so dann schauen wir mal bei deinem Herzmenschen was er denkt was er fühlt was nicht ausgesprochen wird was denkt was ja er versteckt seine Gefühle vor dir ist nicht ehrlich was die Gefühle betrifft das kann schon das kann schon alleine so sein wenn man sagt wenn du fragst wie geht es dir und es kommt die Antwort gut auch das kann schon nicht wahr sein aber ich möchte deinem Herzmenschen um Gottes Willen nichts in den nichts verkehrtes in den Mund legen und hier es ist immer noch Schmerz da der gespürt wird der gefühlt wird und wie ich dir vorhin sagte es geht darum um die Schmerz Verarbeitung dein Herzmensch würde dir am liebsten erzählen wie er fühlt doch ist nicht momentan ist nicht drin so die Waage liebe Waage deine Herzmensch Energie liebe Waage deine Herzmensch Energie B B so So, wir haben hier, also dein Herzmensch möchte in diese Verbindung investieren, mehr Zeit investieren, doch es geht die Geduld aus. Es geht zu langsam voran und dein Herzmensch, gut möglich, dass er noch mit einer anderen Energie irgendwie verbandelt ist, ist momentan auch arbeitsmäßig, jobmäßig, bei einer Neuorientierung, Umorientierung. Ich habe das Gefühl, liebe Waage, dass du, wenn dein Herzmensch jünger ist als du oder beziehungsweise gleich alt, dass dieser Herzmensch zu unreif für dich ist. Es kommt immer so eine Low-Budget-Kommunikation, die dich in keinster Weise irgendwie erfreut oder befriedigt, weil du wünschst dir eine ganz andere Kommunikation, die du von deinem Herzmenschen aber nicht bekommst. Denn Herzmensch ist jemand, der wahnsinnig alles groß spricht und plant und macht und tut und hinterher ist aber dann nichts. Du stehst dann da wie bestellt und nicht abgeholt. Herzmensch-Energien, so, also, dein Herzmensch aber, liebe Waage, examiniert ganz, ganz klar, was möchte er von dir, was nicht. Dein Herzmensch ist ehrlich und möchte, dass es dir gut geht, doch es matcht irgendwie nicht richtig, momentan. Es ist wie, wenn man aneinander vorbeiredet. Auch, falls du das Gefühl haben solltest, das stimmt doch irgendwas nicht. Also, bitte um Gottes Willen, ich will hier keine Ehe-Streits oder irgendwelche, irgendwas auslösen. Es ist so, wirklich, als wenn noch mit jemand anderem der SMS telefoniert wird oder, ja, wie kann ich das sagen, dein Herzmensch ist momentan anderweitig. Die Energie ist woanders, der Fokus liegt nicht auf dir. Und das kann mit der Arbeit zu tun haben, kann aber auch mit einer anderen Person zu tun haben. Es kommt das Wort Sprung, Sprout, Sprung, Sprung vor acht. Dein Herzmensch möchte dich zu etwas bringen, möchte Veränderung herbei. Schwört hoch und heiligt die Wahrheit zu sagen. Also, dass das jetzt klar ist, ich will jetzt hier keinen als Lügner darstellen, ja. Es kann auch sein, dass jemand, wie ich vorhin bei der Jungfrau gesagt habe, du fragst, wie geht es dir, geht es dir gut, ja. Und dein Herzmensch sagt, ja, mir geht es gut, aber ihm geht es nicht gut, ja. Also, das ist auch schon mit Wahrheit gemeint. Großes Kopfzerbrechen, wie es mit euch weitergeht, was los ist und vor allem, ja, der Schmerz, der zugefügt wurde. So, Moment, ich muss mal gucken, hier ist eine Karte runtergefallen. Da ist sie. Ja, oh, wow, 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 wow. Also, es ist ganz wichtig, liebe Waage, dass du auch erkennst, wer dein Herzmensch ist. Ob er wirklich, wir sind wieder bei der Wahrheit, es tut mir furchtbar leid. Ich kriege irgendwie so den Touch von Manipulation, so von Strategien, wie als würde dein Herzmensch nicht dir etwas zeigen, etwas machen und hinterher ist es dann doch anders. Es ist absolut keine schlechte Person oder negative Person, sondern vielleicht einfach, dein Herzmensch hat vielleicht einfach nur Probleme aus eigener Hilflosigkeit heraus, da die Dinge anzusprechen. Aber jedenfalls, das Gute, die gute Nachricht ist, dass diese Manipulationsstrategie aufhört. Das heißt, entweder wird das angesprochen, du sprichst es an oder es tritt irgendetwas von außen ein, dass es aufhören muss. Jetzt schauen wir, was denkt und fühlt dein Herzmensch, was nicht ausgesprochen wird. Dein Herzmensch will dich. I want you, only you. Dein Herzmensch will dich. Jetzt hab ich's. Es kann gut sein, dass er euch die kalte Schulter zeigt oder euch so auf Distanz hält, aber euch eigentlich will. Doch irgendein Problem vielleicht mit Nähe oder Intimität hat. Ja, schaut her. Versteckt seine Gefühle vor euch. Ach, was red ich? Wow. Drittenergie. Was hab ich euch gesagt? Was hab ich euch gesagt? Bestätigung. Ich bin in einer Beziehung. Wow. Für alle frisch Verliebten, bevor ihr euch noch mehr verliebt, bitte abklären. Nicht, dass dann ein verwundetes Herz zurückbleibt. Skorpion. Herzmensch, Energie für den Skorpion. Herzmensch, Energie für den Skorpion. Herzmensch, Energie für den Skorpion. Wow, ihr seid sehr telepathisch miteinander verbunden. Ihr schickt euch Zeichen, ihr spürt, wenn der andere an den einen denkt. Wow, ganz stark connected. Ihr seid momentan nicht miteinander physisch verbunden auf Distanz und deswegen nutzt ihr beide den Intuitionskanal, um euch Gefühle und Zeichen zukommen zu lassen. Dein Herzmensch macht momentan keinen Schritt auf dich zu, weil er möchte, dass du heilst und du sollst dir alle Zeit der Welt nehmen, um zu heilen, um loszulassen. Er sieht, dass du unruhig bist und oft eine Fassade aufsetzt, lieber Skorpion. Doch erwartet ihr Kommunikation, eventuell werdet ihr euch schneller sehen, als du erwartest. Doch durch die Kommunikation, durch den Begegnungspunkt, der entsteht, lieber Skorpion, wird es jetzt keinen Neuanfang insofern geben, falls du dir etwas erwartest oder der Herzmensch sich etwas erwartet, da braucht ihr noch etwas Geduld. Doch, dein Herzmensch möchte eigentlich dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt, wo ihr euch begegnet seid. Für deinen Herzmenschen bist du so, wie du bist, perfekt. Dein Herzmensch, oft möchte man ja den anderen verändern oder sagen, ja, ja, alles wunderbar, doch das und das passt mir nicht, wie auch immer. Das hat dein Herzmensch dir gegenüber überhaupt nicht. Du bist perfekt, so wie du bist. Dein Herzmensch wünscht sich nichts Sehnlicheres, als mit dir ein gemeinsames, langes Leben zu erleben. Wartet darauf, dass du frei bist von einer anderen Energie oder generell dich freigemacht hast von dem Schmerz, bis du komplett alleine dastehst, auf das du deine ungeteilte Aufmerksamkeit geben kannst und seine ungeteilte Aufmerksamkeit empfangen kannst. Es geht definitiv darum, dass dein Herzmensch dir momentan Raum und Zeit gibt, um dich zu sortieren, zu ordnen und neu auszurichten. Schauen wir uns an dein Herzmensch, was er denkt, was er fühlt, was aber nicht ausgesprochen wird. Dein Herzmensch ist ganz fasziniert von dir. Dein Herzmensch ist auch total unkonzentriert momentan, weil er nur fantasiert, was mit euch beiden ist, sein könnte, er gerne hätte. Dein Herzmensch, falls er in einer Beziehung ist oder sogar Familie hat, entfernt sich innerlich irgendwie immer mehr davon und wäre am liebsten Single. Gefühle, Gefühle, Gedanken von deinem Herzmensch. Wow. Ich fühle mich so glücklich. Ich bin so glücklich mit dir. Wow. Ja, das wird verschwiegen. Dein Herzmensch sagt, er kann etwas ganz Bestimmtes nicht tun. Du wirst wissen, was es ist. Dein Herzmensch weiß momentan nicht, wie er über etwas denken und fühlen soll. Dein Herzmensch wartet geduldig auf dich. Das, was ich dir vorhin gesagt habe, er weiß, dass er dir über deinen Schmerz hinweg geholfen hat oder auch noch tut. Dein Herzmensch beginnt, die Verbindung, die Liebe zu verstehen, die zwischen euch ist. Was habe ich dir gesagt? Keine Kommunikation, aber dein Herzmensch fühlt dich auch dann, wenn ihr nicht zusammen seid. Dein Herzmensch hat dir vertraut und hat sich dir nicht wirklich gezeigt, was wirklich los war. Gefühle versteckt und nicht ausgesprochen. So, last but not least, meine lieben Schützen. Der Schütze. Herzmensch, Energien für den Schützen. Herzmensch, Energien für den Schützen. Ah, die Mutter meiner Kinder. Ich weiß nicht, warum das durchkommt. So, liebe Schütze. Ich kriege hier mehrere Storylines rein. Entweder interferiert eine Jungfrau oder ein Stier hat interferiert in die Beziehung zu deinem Herzmenschen. Dein Herzmensch ist sehr auf ein, auf, entweder auf ein Erdzeichen fokussiert, beziehungsweise möchte Stabilität alleine durch das Spirituelle. So, das ist jetzt hier wieder kompliziert. Ich sehe schon, weil so viele Sachen durchkommen, ich kann die gar nicht ordnen. Moment. Also, wir haben hier, lieber Schütze, einen Stier, eine Jungfrau, ein Wasserzeichen. Aber es muss natürlich jetzt nicht übereinstimmen mit den Sternzeichen, kann auch immer der Aszendent sein. So, in der Situation, in der sich dein Herzmensch momentan befindet, verspürt er sehr viel Belastung, sehr viel Schwere. Dein Herzmensch findet Erfüllung in der Spiritualität, ist mit sich selbst, wie kann ich sagen, dein Herzmensch ist sich selbst genug. Dein Herzmensch ist ein Mensch für die Welt von Welt. Gut möglich, dass dein Herzmensch die Situation, in der er sich befindet, momentan verlässt, um sich selbst zu finden. Gut möglich auch, dass früher oder später eine Third Party, eine Ménage à Trois hier, wenn sie jetzt noch nicht da ist, sie ist noch nicht da. Ja, sie wird aber sein. Aber kann genauso gut von deiner Seite aus sein, ja. Du musst jetzt nicht, ich will keinem Herzmenschen jetzt des Fremdgehens hier bezichtigen. Um Gottes Willen, ruhig, tief durchatmen. Ich sehe nur, das könnt ihr genauso sein, auch wenn ich die Herzmensch-Energien lese. Weil es kann auch sein, dass euer Herzmensch die Situation, in der er dachte Erfüllung zu finden, verlässt und zu euch kommt. Ja, falls ihr nicht mit dem Herzmenschen zusammen seid. Das kann die Third Party sein, ja. Also ganz ruhig, keine Panik. Dein Herzmensch hat sehr, sehr viele Pläne. Sehr, sehr viele Pläne. Uh, dein Herzmensch. Gut möglich auch ein Wasserzeichen. Ein sehr tief fühlender Mensch ist dein Herzmensch. Doch dein Herzmensch kann momentan keinen Schritt auf dich zugehen. Kann keinen Neuanfang wagen. Insbesondere, wenn es sich um einen Fisch oder einen Krebs handelt. Eigentlich sind Kopfzerbrechen da, weil dein Herzmensch sich in der Situation, wo er sich befindet, festgefahren fühlt. Eingesperrt fühlt. Hat auch Probleme, Klartext zu reden. Also wirklich die Dinge, also wirklich die Dinge so anzusprechen, wie sie sind. Gut, die nehme ich die drei, ich darf zwei mehr. Was ist im Schatten, was ist verborgen? Dein Herzmensch sagt, dein Herzmensch sagt, so wie er fühlte, fühlte, ich weiß nicht, was vorgefallen ist. Du kennst dein Leben besser. Und die des Herzmenschen möchte nie wieder so fühlen und so spüren müssen. Dein Herzmensch vertraut nicht. Und dein Herzmensch hofft darauf, dich wiederzusehen. So, wir schauen. Die versteckten Botschaften. Lieber Schütze, was wird gefühlt gedacht nicht ausgesprochen? Was ist ganz tief drinnen im Verborgenen? Was wird niemals nicht ausgesprochen? Herzmensch-Energien für den Schützen. Für deinen Herzmenschen ist es auch wahnsinnig schwierig, das Spirituelle auszuleben unter irgendeiner Belastung der Familie oder des Gefühlslebens. Und dein Herzmensch ist momentan wahnsinnig auf Karriere und Job aus, anstatt Feeling-Sharing zu machen. Ist sehr leicht momentan aus der Ruhe zu bringen, dein Herzmensch. Also explodiert, wenn irgendwas ist. So, jetzt kann ich mich wieder bücken. Dein Herzmensch sagt, er konnte dich nicht zu nah an sich heranlassen. Vielleicht hast du das unterschwellig immer gespürt, lieber Schütze. Dein Herzmensch hat dich verlassen aus Angst, bevor du ihn verlässt. Ein Herzmensch weiß, dass er alles falsch gemacht hat. Und ein Herzmensch hat ab und an Schlafstörungen oder wenn er nicht einschlafen kann, denkt er über euch nach oder über dich. Noch eine Karte? Das Timing war nicht das Richtige. Was ist da los? Ich möchte noch eine Karte des Allgeistes für euch. Bitte, was könnt ihr dem Schützen mit auf den Weg geben für seine Herzwenschen? Alles wird gut, sagen sie. Ja, ja, das sagen sie immer. Aber Gott sei Dank, sagen sie es immer. Was könnt ihr dem Schützen noch mit auf den Weg geben? Das scheint mir doch eine etwas verzwickte Lage hier. Mehrere Dinge. Ja. Durch die Instabilität, die du gerade verspürst, die dich eventuell verunsichert, weil du sie so sehr suchst. Aber genau da ist das Wunder drinnen für dich. Das Wunder ist darin versteckt von dem, was du eigentlich möchtest und was vielleicht gerade dir diese, du es nicht bekommst. Du möchtest Sicherheit, bekommst du diese Sicherheit nicht. Such, jetzt wollte ich schon sagen, such den Fehler. Aber nein, such die Antwort, nämlich wo ist da deine Wachstumsaufgabe drin, lieber Schütze. Du bist in Sicherheit, das ist alles ganz, ganz safe. Und du sollst auf deine Institution hören, auf dein Instinkt hören und dich dorthin führen lassen, wo du hingehörst. Nämlich in das Reich der Wunder. Glaube dran, es wird alles gut, lieber Schütze. Alles wird gut. Die letzte Karte sind die Wunder. Also. Ciao. Ciao.